Frieden und ein langes Leben durch die dunkle Seite der Macht. Servus zusammen. Heute machen wir mal etwas ganz anderes. Ich habe gerade leider einen journalistischen Beitrag auf dem Magazin Fokus Online gelesen. Und dies hat mich so dermaßen getriezt, dass ich mich genötigt sehe. Nötigung ist eine Straftat übrigens. Genötigt sehe, darauf zu antworten. Was war passiert? Ja genau, das ist eine sehr gute Frage, was ist passiert? Ich habe den Beitrag von einem sogenannten Gastautor von Fokus Online gelesen. Und zwar von einem gewissen Herrn, Gabor Steingart. Er geht hier hin. Das fängt halt eben mit der Überschrift an. Ich lese das jetzt einfach mal teilweise so ein bisschen vor, damit auch ihr wisst, worum es geht. Gastbeitrag von Gabor Steingart. Macht und Wohlstand werden neu verteilt. Gabor Ste... Neu verteilt. Doppelpunkt. Corona zeigt uns die Welt von morgen. Im Ernst? Corona soll uns die Welt von morgen zeigen? Bitte nicht. Einen lebenslangen Shutdown? Dafür ist die Menschheit nicht geschaffen, Herr Gabor Steingart. Also ist schon mal die Überschrift, äh, naja, nicht so ganz optimal gewählt. Für jemanden, der, ich lese das jetzt auch mal vor, zu der Person. Gabor Steingart zählt zu den bekanntesten Journalisten des Landes. Für jemanden, der zu den bekanntesten Journalisten des Landes zählt, ist die Überschrift mit Verlaub gesagt, scheiße. Sorry, aber meine Meinung. Fänger hatte mit einer dick geschriebenen Schlagzeile weiter darunter fängt es an. Viele behaupten, die Krise werde sich als Wendepunkt der Menschheitsgeschichte erweisen. Danach wird nichts mehr so sein wie vorher, lautet eine Stereotype Redewendung. Wir kennen diese Vokabeln aus der Zeit nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 und im Gefolge der Lehman-Pleite. Ja, okay, also hier werden erstmal ein islamisch fundamentalisierter terroristischer Anschlag auf den Staat mit einer Seuche gleichgesetzt. Finde ich schon mal sehr kurios, diese Gleichung. Es gibt bestimmt einige Leute auf dem linksfaschistoiden Spektrum, die jetzt direkt wieder vorschlagen, hey, das ist Rassismus. Also, Vorsicht, Herr Steingart. Da kann man leicht sich einen Shitstorm für einfangen. Ja, und dann vergleicht er das halt eben die Terroranschläge und die Lehman-Pleite ebenfalls mit diesem... Lehman-Pleite ist eine Banken... ein Versagen von Banken und von unserem Bankensystem vergleicht er halt eben auch mit dieser Seuche. Also, sorry, Herr Steingart, ich habe das wirklich gelesen und ich kann nur die Hände beim Kopf zusammenschlagen, wie man solche... Vergleiche herbeiziehen kann. Okay, es sind alles drei Dinge, die unser bisheriges Leben verändern werden. Das steht unumschritten fest. Oder bestimmtsweise verändert haben. Die Terroranschläge sind ja 2001 gewesen. Und die Lehman-Pleite war 2008 oder 2009. Ich glaube, 2009. Okay, ja, gut. Wenn man als einer der bekanntesten Journalisten von Deutschland solche Vergleiche zieht, ja, also da fängt es bei mir schon mal an. Dann schreibt er unten ein bisschen weiter drunten, der Staat zwingt uns zur Nachhilfe in Zukunftskunde. Hier wird einfach mal ein neues Fach erfunden, vielleicht in der Schule von über, 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 übermorgen. Nicht von heute oder morgen, sondern es ist halt eben so weit in der Zukunft, dass wir wahrscheinlich gar nicht erleben werden, dass so ein Fach mal in der Schule gemacht wird. Und da redet er halt eben in diesem Kapitel, redet er halt eben davon, es unterbricht das traditionelle und analoge Leben. Analog. Okay, ja, gut. Traditionelle. Ja, doch, da hat er vielleicht nicht ganz Unrecht. Denn wenn man sieht, dass man vorher einfach ins Kino gegangen ist oder halt halt eben sich mit Freunden zusammengesetzt und hat halt eben ein Fußballspiel im TV geschaut oder online gestreamt geschaut. Analog halt eben, ne? Oder halt eben ist wirklich analog ins Stadion gegangen. Das sind alles Dinge, die wir jetzt durch die Corona-Krise nicht mehr können. Da hat er vielleicht nicht ganz Unrecht drin in diesem Segment. Das Theater, den Flugverkehr, die Olympischen Spiele, die schulischen Präsenzunterricht. Schulischer Präsenzunterricht? Was für eine tolle Wortwahl. Das ist bestimmt nur etwas, was einem von Deutschlands bekanntesten Journalisten einfallen kann. Ja, also sorry, Herr Steingart. Auch da ist ihre Wortwahl, wenn man bedenkt, dass das für die allgemeine Bevölkerung geschrieben sein soll. Doch sehr mechanisch und sie versuchen hier, ja wie soll ich das ausdrücken? Sie versuchen hier den Leuten klarzumachen, über welche gewaltige Wortpräsenz sie verfügen und wie viele Fremdworte sie kennen. Na gut, Präsenz, okay, Anwesenheits. Aber man hätte ja einfach schreiben können, anstelle von Präsenzunterricht, hätte man ja einfach schreiben können, die schulischen Anwesenheitspflicht im Unterricht. Hätte man ja so schreiben können. Vor allem der Artikel ist endlos lang. Warum dieses kleine bisschen mehr an Text nicht einfach nutzen? Das wäre viel einfacher gewesen als Präsenzunterricht. Sorry, also das ist ein No-Go-Wort. Und im stationären Einzelhandel. Er schreibt halt eben unter anderem, dass wir im Zuge der Krise gelernt haben, wie cool das digitale Medien sind und dass man halt eben auch online einkaufen kann. Ja, kann man. Ja, ich habe jetzt, ich versuche jetzt seit locker drei Wochen beim Rewe ein Lieferfenster zu finden. Es ist nichts zu bekommen. Ganz, ganz toll, dieses digitale Einkaufen, was er hier in einem Kapitel erwähnt. Um das halt eben dann dingfest zu machen, muss es erstmal funktionieren. Und das tut es aktuell nicht. Je mehr Menschen zu Hause bleiben, desto schlimmer wird das und desto brutaler wird halt eben auch der Kampf der Leute darum werden, wie man an ein Lieferfenster bei einem einfachen Supermarkt kommt. Nämlich so gut wie fast gar nicht. Aber das ist eine andere Geschichte. Ich wage mal die Theorie aufzustellen, wenn jemand im Homeoffice jetzt arbeitet, jetzt aktuell arbeiten muss, und das sich in der Zukunft durchsetzt, wird es zuerst mal ein riesiges Problem mit unseren digitalen Netzen geben. Denn ein digitales Netz mit 100 Mbit, das liegt ja auch noch nicht mal überall, ist dafür nicht ausgelegt. Das sehen wir schon in bestimmten Städten, in bestimmten Ballungsräumen. Ein Bekannter von mir, der wohnt in Berlin und streamt regelmäßig von Berlin zwei oder dreimal in der Woche. Und er berichtet manchmal darüber, dass es halt eben in Berlin zu Internetausfällen kommt, weil das Netz einfach überlastet ist. Und bei ihm liegt eine 100 Mbit-Leitung. Tja, Herr Gabor Steingart, wann bitteschön ist denn die Zeit gekommen, wann alle über ein Gigabyte-Net verfügen, was von einigen Herstellern oder von einigen Anbietern, Vodafone zum Beispiel, schon teilweise gelegt wird. Die Telekom und andere kleinere Anbieter tun sich damit sehr schwer. Die verbreiten nach wie vor die Kunde, dass ein 16 Mbit super toll ist oder vielleicht maximal 50 Mbit. Man muss ja nicht unbedingt 100 Mbit haben. Doch, wir müssen mehr als 100 Mbit haben, wenn so viele Leute zu Hause arbeiten sollen. Das muss dann so sein. So, jetzt habe ich aber den Faden so ein bisschen liegen lassen und den grafe ich jetzt wieder auf. Ich wollte eigentlich die Frage stellen, Herr Gabor Steingart, was glauben Sie, wenn jemand acht, neun oder vielleicht sogar zehn Stunden im Internet gearbeitet hat? Was er anschließend tun wird? Wird er im Ernst nochmal eine Stunde im Internet verbringen, um seinen Lebensmittelbedarf zu decken? Oder vielleicht eine halbe Stunde? Ist jetzt völlig egal, wie lange. Ich persönlich glaube, nein. Das ist meine feste Überzeugung. Weil wenn ich acht Stunden, neun Stunden, zehn Stunden im Internet gearbeitet habe, dann bin ich froh, das Internet abschalten zu dürfen, mich in mein SUV rein zu quetschen und zum Supermarkt auf der grünen Wiese zu fahren oder im Supermarkt in die Stadt zu fahren und mit lebenden Menschen zu tun zu haben. Es gibt nämlich in der Tat noch lebende Menschen. Wir sind nicht alles nur Einsen und Nullen in irgendeinem Display, auf einem Smartphone, auf einem Tablet, auf einem Laptop oder auf einem PC. Nein, wir sind lebende Menschen. Und daher bin ich sehr davon überzeugt, dass wenn jemand acht, neun oder zehn Stunden im Internet gearbeitet hat, er sich in sein Fahrzeug quetscht und den nahen Supermarkt aufsucht und da so lange verbleibt wie möglich, weil er da mit lebenden Menschen zu tun hat. Denn der Mensch ist ein Gesellschaftstier. Er liebt im Normalfall, bis auf einige Ausnahmen, er liebt die Anwesenheit anderer Menschen, über die er sich lustig machen kann, die er belächelt, mit denen er zusammen lacht, mit denen er zusammen feiert, mit denen er zusammen isst oder trinkt. Einige dieser Menschen nennt man auch Freunde oder Familie. Dann fragen Sie mal Leute, die gezwungen sind, ihre Familie nur noch, drei oder vier Wochen, nur noch elektronisch zu sehen oder mit denen auf dem Smartphone oder auf dem Festnetztelefon zu telefonieren und die nicht mehr sehen zu können oder zu dürfen, weil sie halt eben in einer Risikogruppe gehören, was die am liebsten tun würden. Glauben Sie im Ernst, Herr Gabor Steingart, dass diese Menschen davon überzeugt sind, dass es gut ist, dass man sich weiter digital unterhält und nicht im realen Leben trifft? Also sorry, für einen der Deutschland bekanntesten Journalisten sind ihre Schlussfolgerungen nach meiner persönlichen Meinung sehr... Nee, sorry. In so einer Welt will ich überhaupt gar nicht leben. Dann habe ich in einem anderen Absatz gelesen, dass er ein Schiff... Ich scrolle mal kurz runter. Das Schiff heißt, es ist das sogenannte Redaktionsschiff. Pioneer One. Bitte lass es ein Raumschiff sein, mit dem Herr Steingart zum Mars geschossen wird, damit er dort als einer der ersten Menschen landen darf. Dann sind wir ihnen hier auf der Erde nämlich los. Bitte lass es ein Raumschiff sein. Ja, falls Sie sich davon jetzt beleidigt fühlen, es ist natürlich nicht beleidigend gemeint, es ist einfach nur humorig gemeint. Falls Sie dieses Video irgendwann mal sehen sollten, Herr Gabor Steingart. Ich erwähne Ihren Namen deshalb so oft, weil ich vielleicht die Hoffnung habe, dass Sie mal die Meinung eines lebenden, real existierenden Menschen... Oh, real existierend. Da muss man aufpassen. Es gab mal was real existierendes, das war der Sozialismus, der von heute so gut wie von allen Sozialisten als nicht real angesehen wird. Eines wirklich lebenden Menschen. Wie gesagt, also Ihre Schlussfolgerungen in den ersten Teilen sind vielleicht ein bisschen daneben. Und ich habe auch andere Beiträge auf Focus Online von Ihnen gelesen. und für einer von Deutschlands bekanntesten Journalisten vertreten Sie nach meiner Meinung sehr oft Epic-Fail-Standpunkte. Ich kann jetzt so auf den Stopp jetzt kein anderes Beispiel nennen, aber das hier hat mir halt eben den Rest gegeben, dass ich mich jetzt halt eben, wie ich am Anfang bereits erwähnt habe, gezwungen sehe, darauf mal zu antworten. Dann geht es hier unten weiter. Er schreibt ja auch, war ja Geschäftsführung, Vorsitzender der Geschäftsführung vom Handelsblatt. Da geht es um Finanzen und Wirtschaft und um ähnliche Dinge. Da schreibt er hier unten, trotz eines Minus von 9% seit Jahresbeginn hat sich der Wert von Apple innerhalb der vergangenen 5 Jahre verdoppelt. Ja, richtig, ja. Hat sich verdoppelt. Schön. Aber Herr Steingart, Sie haben es gerade selber geschrieben. Seit Jahresbeginn ist der Wert von Apple um fast 10% gesunken. Denken Sie darüber auch mal nach. Sie erwähnen immer nur hier das Ökonomische, das, äh, ja manchmal hat man den Eindruck, dass sie von Finanzfirmen finanziert werden, bezahlt werden für ihre Beiträge und nicht von den Lesern. Ganz im Ernst, Herr Steingart, also viele ihrer Beiträge sind einfach nur darauf zurückzuführen, dass ich persönlich den Eindruck habe, dass irgendein Finanzkonzern daran gelegen ist, einer von Deutschlands bekanntesten Journalisten, dazu zu bringen, die Meinung von Finanzkonzernen zu verbreiten. Focus Online hat eben zum Beispiel auch vor kurzem noch geschrieben, wie toll es wäre, jetzt halt eben in Aktien einzusteigen, weil sie ja runtergegangen sind und man davon ausgehen kann, dass sie in der nächsten Zeit wieder massiv steigen werden. Ich hoffe nicht, Ausrufezeichen. Ich hoffe genau das Gegenteil. Ich hoffe endlich, dass die Leute endlich wach werden und aufhören, ein bisschen Papier hin und her zu schieben und glauben, die hätten damit Millionen und Abermillionen Werte in den Händen. Es ist nur Papier. Ich verstehe gar nicht, wo diese Denkstrukturen herkommen. Es kann nur auf ökonomisch ausgebildeten Schulen oder ausgerichteten ausgerichteten Schulsystemen kommen und von diesen Denkstrukturen müssen wir endlich weg. Haben wir denn aus der Lehman-Krise, die Sie selber erwähnt haben, haben wir denn daraus überhaupt nichts gelernt? Also sorry, Herr Steingart, also ich kann nur den Kopf schütteln und das tue ich hier auch sehr sichtlich in dem Video. Ich verstehe nicht, wie man zu solchen Resultaten kommen kann. Ich verstehe es einfach nicht. Ja, vielleicht mache ich zu diesem ganzen Thema nochmal ein zweites Video, wenn ich mich ein bisschen beruhigt habe und auch den ganzen Beitrag erst, wie gesagt, relativ lang ein zweites Mal gelesen habe. Vielleicht erkenne ich da halt eben noch ein paar kleine andere Dinge, die halt eben eventuell wichtig sind, auf die man nochmal eingehen kann. Aber ich belasse es jetzt erstmal dabei. In diesem Sinne, Herr Steingart und auch alle anderen Zuschauer, bis zum Horizont und noch sehr viel weiter. Peace out!